Wir haben weitere Analysedaten zur Obi-Wan Kenobi Serie bekommen, diesmal von Nielsen und die Daten sind wirklich atemberaubend. Nielsen hat insgesamt die Daten für die ersten 10 Tage der Kenobi Serie bisher online und da können wir sehen, dass die Kenobi Serie in den ersten 3 Tagen insgesamt eine Watchtime von 592 Millionen Minuten erreichen konnte und in der kompletten Woche danach nochmal 966 Millionen Minuten dazu kam. Also etwas mehr als 1,5 Milliarden Minuten Watchtime, bei gerade mal 3 Folgen, die circa auch nur 30 Minuten lang sind. Damit kommt die Kenobi Serie nicht an Platz 1 Stranger Things für diese 10 Tage mit gut 8,1 Milliarden Minuten ran. Dabei muss man aber bedenken, dass Stranger Things auf Netflix läuft, also mehr Abonnenten, dass Stranger Things schon bei Staffel 4 ist und da 32 Folgen draußen hatte und hier direkt 7 neue Folgen gleichzeitig erschienen sind und dass die Stranger Things Folgen auch noch länger sind als die Kenobi Folgen. Nimmt man das alles zusammen, würde Kenobi mit Stranger Things vermutlich gleich aufziehen, wenn die auf der gleichen Plattform wären und wir nur wirklich die ersten 3 Kenobi Folgen mit den 7 neuen Stranger Things Folgen der Staffel 4 vergleichen würden, was ziemlich krasse Zahlen sind. Auch hier wieder gute News für die Fans unter euch, die auf eine zweite Kenobi Staffel hoffen. Für weitere kurze Star Wars Videos wie dieses lasst ein Abo da und schaut hier ins nächste Video in der NK3.